Diese hier angebotene 2-Zimmer-Mietwohnung ist ab dem 1. September 2016 bezugsfrei. Die gut gepflegte Etagenwohnung befindet sich in Aachen. Die Wohnung verfügt über ein Badezimmer sowie einen Keller. Die Etagenwohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 47 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 600 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Ja.